So, und da sind wir auch wieder. Aber wir gehen erstmal hinten drauf und gucken mal, was hier neu ist. Nein, hier ist niemand. Nein. 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 Und hier ist nichts. Ah, ha, da komme ich rein. Sehr schön. Entnehme ich. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, aber... Ich glaube, in Englisch ist das sogar die Originalstimme von... Oh, da richte ich diesmal was. Oh oh. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin aus. Was heißt auch, wie Sie sehen? Erinnern Sie sich ruhig auf. Der Bereich ist da unter den Kapitänzern. Was wir denken, hier hat man nicht mit dem Zettel wahrscheinlich. Ich bin mit dem Zettel. Marsha hat in der Stadt geboten, ab durch zu bleiben. Ich sehe, mein Gehör ist gebunden. Das ist gut. Wie konnte? Ja, ich glaube, ich habe es voll geboten. Ich habe es gut zu verstanden. Die Augen sind sich gut, wie man sich nicht. Oh, ich habe es auch nicht. aber sonst war hier glaube ich nichts mehr dann haben wir jetzt einmal alle zimmer abgeklappert glaube ich aber dann gehen die sowieso eine übermerkung so erst mal wieder runter und dann gucken wir uns mal unten noch mal ein bisschen um das büro ist zu so wir gehen aber erst noch mal drüben in die bar rein uns dann noch mal um war noch hier oder kräg ok hier ist niemand das ging schnell so mag ich das so hier lang und hier lang hallo ich will mit dir reden du bist gerade so groß wie monsieur poirot und er war klein das steht monsieur nonsense ich möchte mich jetzt nicht unterhalten ich will über die priest schieben so haben wir hier was neues der hatte sich doch auf dem hügel immer aufgehalten der komische geist ach guck mal hier eine schaufel die nehmen wir direkt mal mit hatte ich eigentlich schon die ganzen zeiten gemessen die schreibmaschine suchen die zu den drohbriefen passt habe ich das überhaupt schon wo ist der gast von tom cutter auch so 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 Ach, Mann. Spaßbremse. Hier irgendwas Neues. Neun. Ich schwimme wie ein Otter. So, wo könnte der Geist denn noch rumgurken? Ah, mit dem muss ich auch mal wieder reden. Ich schwimme wie ein Otter. Ich schwimme wie ein Otter. Ich schwimme wie ein Otter. Was glauben Sie, von wem stammen die Drohbriefe? Gut, überlegen wir mal. Die kleinen grauen Zellen quälen. Dass sie viele Verehrer hat, liegt ja offenbar auf der Hand, das wissen wir ja. Schule... Na! 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 Na!